Manchmal frage ich mich echt, was meine Mechaniker und meine Ingenieure in der Pause machen. Ich weiß, wir sind in Bayern und in Bayern gibt es manchmal so komische Kartenspiele, die ich nicht so gut kenne, aber ich werde das euch gleich zeigen. Dann werde ich mich da gleich mitmischen und schaue mal was es da gibt. Servus. Servus. Und was ist das für ein Spiel? Schafkopfel. Das lernst du eh nie. Was? Das ist Schafkopfel, das spielt man in Bayern. Schafkopfel? Zeig mal das. Okay, das sind jetzt mal die höchsten Trümpfe. Eichlober, Gras. Und das ist einmal die Erklärung für Anfänger. Ja, schau einfach zu, dass du das lernst. Man sieht schon die Erfahrung. Ja, ja. Ist ja schon vorbei. Mischelkönig. Ist nicht durchgemischelt oder was? Wir haben noch keinen Kripp. Sau. Was hast du gesagt? Sau! Nimm mal die Eiche. Sau ist erst. Mit der Eiche-Sau spielst du? Also nicht wie die Sau? Doch, ist schon. Jetzt zeigst du dir was. Ja, ich werde mal in der Schlinge kommen. Jetzt spiele ich mit dem Warnentziger. Dann lasse ich meine Hosen runter. Und verstehst du jetzt was? Ich verstehe alles. Ich glaube schon, dass ich kein... Oh, das ging ein bisschen zu schnell jetzt. So, Stegi. Schmieren, Hose runterlassen, ist eigentlich total einfach. Passt. Und meint ihr wirklich, ich kann das lernen? Nein, bevor du das lernst, gewinne ich die Fahrerwertung in der TTM. Danke. Sag ich doch. Passt. Das kann man nur in Bayern lernen.